Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Solo-Folge meines Podcasts Endlich Ich. Ich bin Katja Deming, psychologische Beraterin, Mentorin für Innere Stärke und Autorin des Buches Raus aus der narzisstischen Beziehung. Ich habe es mir zur Aufgabe gebracht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen herauszuholen und sie zurückzubringen in ihre innere Stärke. So viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal wieder eine Solo-Folge mache. Und natürlich sind die Interview-Folgen wundervoll für euch, weil ihr euch dort gesehen, gefühlt, gehört, fühlt, weil ihr wisst, dass ihr nicht alleine mit euren Problemen auf dieser Welt seid und weil ihr auch vieles erkennt, was eben euch widerfährt, dass das auch anderen widerfährt. In dieser Solo-Folge möchte ich deshalb nochmal darauf eingehen und dich motivieren, wenn du ebenfalls in einer toxischen Beziehung steckst, genauer hinzuschauen. was hält dich da, warum bist du da, warum bleibst du da und welche Tools und Möglichkeiten gibt es, um dein Leben wieder freudvoller zu gestalten. Denn mal ganz ehrlich, du hättest doch auch gerne ein liebevolleres, leichteres Leben, wärst gerne voller Lebensfreude, sodass du strotzen würdest von Selbstbewusstsein. Aber das ist schon lange her, oder? Wie du weißt, war ich selbst in diesen toxischen Beziehungen und ich weiß absolut, wie schwer es ist, da loszulassen. Und ich glaube, durch meine zehnjährige Coaching-Erfahrung und meine, ich muss mal gerade rechnen, ich glaube 15 Jahre war ich insgesamt in toxischen Beziehungen, kenne ich auch mittlerweile alle Einwände, ich nenne sie immer ganz gerne inneren Saboteure, die dich zurückhalten könnten, zu gehen. Wollen wir die uns heute einfach mal anschauen? Weil ich möchte dir zunächst eine Frage stellen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du heute in drei Jahren immer noch in dieser Beziehung wärst? Schau dich mal an. Also vielleicht reicht sogar heute in einem Jahr, je nachdem, wo du gerade stehst. Schau mal, was für dich irgendwie passender ist. Heute in einem Jahr, heute in drei Jahren. Wie würdest du aussehen? Wie würde es dir gehen? Welche Menschen wären, in Klammern, noch an deiner Seite? Wer würde dich unterstützen? Wer hilft dir? Wo und wie könntest du arbeiten? Wie gesund wärst du? Vielleicht hast du Familie und Kinder. Wie würde es deinen Kindern gehen? Welche Beziehung hätten deine Kinder zum narzisstischen Elternteil beziehungsweise zu dir? Versuch dir mal einen Moment in Bild und Farbe vorzustellen. Was für eine Person bist du in einem Jahr, wenn du heute nichts veränderst? Du kannst an dieser Stelle auch gerne auf Stop drücken, mal die Augen schließen und dich da reinfühlen. Wie viele Tage gehen dir schmerzvoll verloren, wenn du nicht in die Veränderung kommst? Ich weiß, es ist hart und ich höre dich auch zu sagen, ja und ich will auch, Katja. Ich will da raus. Und gleichzeitig sind die Ängste da. Ich schaffe das sowieso nicht. Ich weiß nicht warum, aber er oder sie ist die Liebe meines Lebens. Das kann ich den Kindern nicht antun, dass ich die Familie zerrütte. Ich bin einfach nicht stark genug. Er ist der letzte Strohhalm, den möchte ich nicht auch noch verlieren. Ich bin schon komplett allein. Oder womöglich, ich bin sehr, sehr krank geworden. Und wenn er jetzt auch noch geht, wie soll ich das Ganze alleine tragen? Und diese ganzen Einwände sind berechtigt und sie sind unfassbar schmerzvoll. Und gleichzeitig zeigen sie dir aber auch, dass dir das Wasser bis zum Hals steht. Und dass du, wie ich damals auch, bewusst entscheidest, in dieser Lage, in dieser Situation, in dieser Beziehung zu bleiben. Dass du dich bewusst entscheidest, irgendwie da durchzukommen, auszuhalten für die Kinder. Ja, vielleicht wirklich so viel Angst zu haben, alleine es nicht gewuckt zu kriegen. Am schlimmsten ist die Sucht. Die Sucht nach dem Drama, die Sucht nach der Liebe, nach dem Wechsel von heiß und kalt. Und auch hier siehst du dich wahrscheinlich nicht in der Lage, dich von dieser Sucht zu befreien. Und es tut mir immer so unfassbar leid, wenn die Menschen, die Frauen, die Männer zu mir kommen, raus wollen und es nicht schaffen. Insbesondere die, die eine Affäre mit einem Narzissten haben. Das ist nochmal richtig schwer. Weil so richtig gehört er einem nicht. Und so richtig will er einen aber auch nicht verlieren. Oder sie. Was ist die wichtigste Frage, die du dir hier jetzt stellen darfst? Fangen wir von hinten an. Wobei ich nicht weiß, ob ich die einzelnen Punkte, wie ich sie eben genannt habe, noch so in der Reihenfolge auf die Reihe kriege. Ist auch egal, darauf kommt es nicht an. Vielleicht bist du mittlerweile so krank geworden, körperlich müde, Ängste, Panikattacken, Schlafstörungen, schlechte Verdauung, Durchfälle. Habe ich total oft bei meinen Klienten, die in toxischen Beziehungen aushalten. Dass du Angst hast, den Weg alleine gehen zu müssen. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Aber wo stehst du mit deiner Gesundheit, wenn du in dieser Beziehung bleibst im nächsten Jahr? Glaubst du, du wirst gesünder? Glaubst du, du heilst? Glaubst du, du musst nur stark genug werden, um dann wieder in deine Kraft zu kommen? Es gibt ein schönes Sprichwort. Das heißt, in einem kranken Umfeld oder in einem Umfeld, das dich krank gemacht hat, kannst du nicht gesunden. Und so ist es. Wenn wir ehrlich sind, wirst du immer kränker. Oder kranker. Und du hast danach noch größere Probleme. Und ich weiß, dass es unfassbar schwer ist. Und ich weiß, dass es kaum Möglichkeiten gibt, dann da rauszukommen, wenn kein soziales Umfeld mehr da ist. Wenn die Familie weggebrochen ist. Und dennoch, es ist dein einziger Rettungsanker. Das bedeutet, hol dir externe Hilfe. Versuch dir wieder ein soziales Netz aufzubauen. Geh zurück zu deiner Familie, egal was der Narzisst davon hält oder nicht. Du kannst es auch heimlich machen. Und bitte sie darum, dass sie dich unterstützen dabei, dass du jetzt gesunden kannst. Und dass du aus dieser Beziehung aussteigen kannst. Gerade auch, wenn du alleine bist. Es ist unfassbar schwer, aus dieser Isolation heraus, wofür der Narzisst natürlich gesorgt hat, um dich abhängig von sich zu machen. Aus dieser Isolation heraus zu sagen, und den Strohhalm lasse ich jetzt auch noch los. Da zieht sich alles im Bauch zusammen. Da fängt man an zu zittern. Da redet man sich ein. Mein Gott, ich liebe ihn doch so sehr. Obwohl das ganze letzte Jahr vielleicht oder vielleicht die letzten Jahre, wenn du ehrlich bist, eine Qual ist. Und du nicht mehr weißt, wann du mal wieder aus vollem Herzen gelacht hast, wann du Spaß hattest, wann du dich tief geliebt gefühlt hast, länger als für nur einen Augenblick oder einen Tag. So oft bist du abgelehnt worden, abgewertet worden, beleidigt worden, missbraucht worden, vielleicht sogar misshandelt worden. Und dennoch bleibst du, weil du Angst hast, es nicht zu schaffen oder weil deine Kinder mit dranhängen, weil du in einer Familie lebst und weil du sagst, ich darf nicht so egoistisch sein und den Vater, den Kindern den Vater nehmen. Schau deine Kinder an. Wie geht es ihnen in eurer Familie, in eurem System mit einem toxischen Elternteil? Geht es ihnen gut? Oder leiden sie tatsächlich genauso unter den Höhen und Tiefen, unter Liebe und Hochjubeln, unter dem Missbrauch und der Abwertung, wie du auch? Zu mir hat damals meine Therapeutin gesagt, jeder Tag, den die Kinder nicht mit ihrem Vater verbringen, ist ein guter Tag. Das ist harter Tobak. Und ich konnte es damals für mich überhaupt nicht annehmen. Heute, wo meine Kinder groß sind und sie sich selbst und freiwillig entschieden haben, den Kontakt zu ihrem Vater abzubrechen, heute verstehe ich es. Weil so viele kleine Verletzungen dort stattgefunden haben, die ich von außen als Mama überhaupt nicht gesehen habe. Und natürlich, wenn dieser Mensch toxisch-narzisstisch dich behandelt, dann behandelt er auch seine Kinder so. Und eine gute Mutter zu sein oder ein guter Vater zu sein und bedeutet nicht, das Familiensystem aufrecht zu erhalten, um dann zu sagen, wir sind glücklich. Weil dieses Familiensystem stinkt zum Himmel. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig und das tut den Kindern auch nicht gut. Und auch als Mutter oder als Vater bist du in der Verantwortung, deinen Kindern eine gute Kindheit mitzugeben. Eine gute Kindheit bedeutet, für sie zu sorgen, sie zu lieben, aber auch sie zu beschützen. Und dass diese Verletzungen und dieses Gesehenwerdenwollen von einem Vater oder Mutter, die gerade sich die Zeit nicht nimmt, mit ihrem Ego beschäftigt ist, besonders herausragen möchte über die Leistungen der Kinder. Diese Prägung von Liebe nehmen die Kinder mit in ihre nächste Beziehung. Das heißt, sie suchen sich dann auch Partner aus, die sie abwerten, die sie nicht sehen, denen sie nicht wichtig sind oder die nur eine oder einer von vielen sind. Das willst du doch nicht. Du möchtest doch nicht, dass sich dein Leben im Leben der Kinder wiederholt, oder? An dieser Stelle möchte ich dir anbieten, dass ich noch ein 1 zu 1 Mentoring frei habe in diesem Jahr. So, dass du, wenn du bereit bist, die nächsten 6 Monate mit mir gemeinsam gehen kannst. Wenn du dieses gerade hörst und sagst, ich will, Katja, ich will es schaffen. Dann sehen wir uns jede Woche zu einem Coaching in den nächsten 6 Monaten. Und ich bin im Notfall an deiner Seite und sage dir, was du tun darfst und was du besser lässt und wie du dich schützt und wie du deine Kinder schützt, falls du welche hast oder nicht. Dieses Mentoring gehört ja oder ist für jede oder jeden da, der sagt, mir reicht es jetzt. Ich kann einfach nicht mehr. Ich sehne mich nach Liebe. Ich sehne mich nach Leichtigkeit. Ich sehne mich nach Lebensfreude. Und vor allem sehne ich mich danach, meine Identität wiederzufinden. Wo ist meine Fröhlichkeit hin? Die Christina uns erzählt in ihrem Podcast vor einigen Wochen. Wo ist meine Identität hin? Fragt André, der sich komplett aufgegeben hat. Und du kennst diese Symptome. Du weißt, dass du dir deine Welt ganz dolle schönreden musst, um es in ihr auszuhalten. Vielleicht denkst du gerade, auszusteigen ist was für die anderen. Das schaffe ich nicht. Ich bin nicht so stark und ich bin süchtig. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Und ich liebe ihn doch so sehr. Setz dich hin und schreib auf, warum liebst du ihn? Und dann überprüfe das, was du an ihm liebst. Darauf, wie oft bekommst du das? Wie oft schenkt er dir tatsächlich diese Liebe? Das Schwierige daran, hier loszulassen, ist ja, dass der Narzisst nicht immer nur böse ist, sondern dass er eben auch total lieb sein kann. Aber meistens nur, wenn er was erreichen will, wenn er dich halten will, wenn er böse zu dir war und vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, oh, die muss ich mal wieder einfangen. Vergiss nicht, dass bei Narzissten es immer nur um sein Wohl geht. Dein Wohl ist ihm auf Deutsch gesagt. Schiedegal. Es ist gar nicht nur Deutsch. Scheißegal, habe ich mich kurz nicht getraut zu sagen. Es ist ihm super egal, wie es dir geht. Er macht sein Ding. Er profitiert davon. Und wenn du vielleicht in einer Affäre steckst und seine Frau irgendwas gemerkt hat, dann zieht er sich komplett zurück auf einmal. Oder er hat womöglich noch eine andere Affäre angefangen und zieht sich bei dir zurück. Du verstehst die Welt nicht mehr. Du gehst in den Entzug. Du gehst in die ganzen Suchtsymptome rein, in den Entzugssymptome rein. Du hinterfragst deinen Wert. Du wirst wahnsinnig. Und irgendwann, wenn seine Frau auf ihn vielleicht nicht mehr so kontrolliert oder er da die Wogen geglättet hat, steht er wieder vor der Tür mit einem lahmfrongen Gesicht. Und du, du bist einfach nur froh, dass er wieder da ist. Und in einem Jahr wird es genauso sein, wenn du heute nichts änderst. In einem Jahr wirst du genauso leiden. Und vielleicht bist du in einem Alter, wo du dir ehrlicherweise eine Liebe fürs Leben wünschst. Wo du dir vielleicht noch Kinder wünschst. Und egal, ob der Narzisst jetzt, also ob du in einer Affäre bist und er verheiratet ist, ob du krank bist. Und er irgendwann sagt, mein Gott, du bist so krank, du bringst mir nichts mehr. Und er dich dann abschießt. Die wenigsten Beziehungen halten mit Narzissen. Das heißt, früher oder später bist du sowieso damit durch. Früher oder später wird er dich fallen lassen. Wird er dich ersetzen. Wirst du ihm nicht mehr dienlich sein. Wird sein Ego einfach einen neuen Reiz und ein neues Abenteuer wollen. Und dann bist du am Boden. Und dann hast du vielleicht tatsächlich deine Lebenswünsche nicht mehr in der Hand, sie dir selbst zu erfüllen. Wenn du heute nicht sagen kannst, ich würde mich freuen, wenn ich in einem Jahr mit dieser Beziehung am gleichen Punkt stehe wie heute, dann ist das diese Podcast-Folge für dich, dein Zeichen zu gehen. Und daran zu arbeiten, ihn wirklich loszulassen. Und es ist Arbeit. Es ist nicht so, dass du von jetzt auf gleich da rauskommst. Und deshalb ist es so wichtig, Hilfe und Unterstützung zu haben. Und ich bin für dich da. Ich begleite dich in einem 1 zu 1 Mentoring für sechs Monate, damit du safe bist. Und du kriegst alles, was ich weiß und was du brauchst, mit an die Hand. Und nach den Sommerferien, wenn du vielleicht aus dem Urlaub wiederkommst und erkanntest hast, das war der letzte Urlaub mit ihm, ich halte es nicht mehr aus, dann werden wir noch unser Zurück zum Glück Programm wieder starten. Und das ist ein Gruppenprogramm, was über drei Monate geht, wo wir mit mehreren Gleichgesinnten aussteigen, uns unterstützen. Wir hatten das schon im letzten Jahr. Das war sehr, sehr schön. Und im September ist es wieder soweit, sodass du dann da auch einsteigen kannst. Verschenke deine Zeit nicht. Du kannst auch sofort loslegen und mich kontaktieren. Schreibe mir einfach eine E-Mail an info at katjademing.com und dann schauen wir, wie wir das Mentoring, dass wir uns kennenlernen erstmal. Und dann schauen wir, wie ich dich da am besten durchbringen kann. Ich möchte dir heute wirklich Mut machen. Ich möchte dir heute zeigen, auch als Vorbild vielleicht, dass ich es auch geschafft habe. Ich möchte dir nicht sagen, dass es leicht ist. Weil das wäre gelogen. Es kostet Kraft. Und es kostet viele Stunden von Diskussionen und Streit, insbesondere wenn Kinder noch in der Nähe sind oder dazugehörig sind. Aber es war ein Weg, der sich sehr, sehr, sehr gelohnt hat. Weil ich heute in Liebe angekommen bin bei meinem Partner, der mich so nimmt, wie ich bin. Und ich kann mein Leben mit Leichtigkeit, mit Liebe und mit Glück führen. Und ich bin mir sicher, dass du das auch willst. Und ich weiß, dass du das schon lange verdient hast. Also sorge gut für dich und melde dich gerne bei mir. Ich schreibe die E-Mail-Adresse auch nochmal unten in die Shownotes, ebenso meine Homepage. Und wenn du Hilfe und Beratung brauchst, schreib mir einfach. Ich bin für dich da. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Katja. Ich bin für dich da.